Guten Tag, Freunde. Wir beginnen den 18. Urok, Top-Nemals-Phrase, уровne A2. Nöcher Thema ist heute... Sich im Urlaub erholen. Wärme, gute Hotels, leckeres Essen mögen, am Pool liegen, etwas langweilig finden, nichts tun, Städte besichtigen, sich über das Urlaubsland informieren, in Deutschland zu Hause bleiben, viel, wenig Gepäck mitnehmen, jemandem aus dem Urlaub ein Geschenk mitbringen. Untertitelung des ZDF, 2020